... und wir machen sehr, sehr klar, dass es nicht sein kann, dass die Grenzen in Europa verletzt werden und dass wir die Integrität der Grenzen und der Länder für unverzichtbar halten und dass niemand denken sollte, dass man die einfach verletzen könnte, ohne dass das harte Konsequenzen hätte. Das haben wir auch gemacht und wir fühlen uns auch für die Zukunft weiter verantwortlich, dass das Gastransitgeschäft ein erfolgreiches Geschäft ist der Ukraine und werden dafür Sorge tragen. Vielen Dank.